Ihr wolltet ein Tutorial zu diesem neuen Trend, also let's go! Hey, ich bin Kathi, viel mehr, folgt mir gerne! Wir machen die Hand nach vorne, zeigen dann einmal nach unten, rollen dann unsere Hände umeinander, dann kommt eine kleine Pause, in der das hier gesagt wird und anschließend macht ihr die Hand nach vorne, zeig nach unten und geht in die Knie. Jetzt zweimal die Hüfte kreisen, das geht am besten, wenn ihr in den Knien bleibt und viermal die Arme von rechts und links an den Körper ran. Das Ergebnis hiervon ist im nächsten Video.